So, ihr Karamell-Essenden Lakrit-Schnecken. Mann! Wenn ihr irgendwo's Piepen hört, dann sagt mir doch Bescheid. Uns. Ich kann mir jetzt auch leider hervorragend sehen, ob der tot ist. Aber ich glaube, ja. Lied schon so ein Haufen Scheiße da. Ja. Dann lassen wir ihn da liegen, wie der Haufen Scheiße der ist. Wenn er nicht aufsteht. Und jetzt ist der Schrot wieder. Ja. Hier sind die grünischen Kriegkasten. Kommt sowieso einer aus mit Gängen. Wie weiß das? Die siehst du da erst nicht und dann... Ich hätte mir gedacht, da hat irgendeiner gemacht. Ich hab einen Klacken gehört. Da ist auch einer hinten gegangen, werde ich mit den 500.000 Euro drauf. Das habe ich ihn jetzt gerade gefunden. Schrot. Ja. Ja, speichert. Das ist nicht gut. Da geht's nicht weiter. Das ist gut. Ich rede rechts. Also andere recht. Hinter mir ist nichts. Nee, falls der Typ, der doch nochmal wiederkommt von der Treppe. Weißt du? Ja. Taktischer Rückzug. Das sieht gut aus. Alter, jetzt immer noch nicht. Kannst du jetzt bitte sterben? Ich glaube, der läuft aus. Ja. Nee. Wie viel schluckst du denn bitte noch? Wie Tomaten-Napoli-Soße. Mann, ey. Ja, wo einer herkommt, da könnten auch noch andere sein, ne? Wie praktisch auch der Ebene hätte das erst mal rechts hingehen sollen, lieber? Ja, ich wollte nur, dass mir hier keiner an den Rücken fällt, weißt du? Oh Gott, ist das hier verzwickt. Da ist eine Tür mit so einem Bolzen. Wir können die auch hinterher spawnen lassen, wenn er wollte. Meinst du, ich soll mal gucken, ob er... Nee, der ist jetzt, werde ich nicht am Leben. Nee, nee, ich meine, das ist so potenziell was, wo er ein Kuss und er sagt dann so, ja, okay, den lassen wir mal spawnen. Und der gerade so ein Baden-Fass, wie so ein asiatisches... Focke, richtig. Ja, dann... Weiß ich mal gerade aus, oder? Ach nee, rechts oder links. Also bei der einen Tür war eben Schloss dann weg. Naja, so ein Riegel, den kann ich, glaube ich, einfach entfernen. Guck ich erst mal. Boah, ich hasse es, ey. Ach, Tür. Öffnungsbare Tür. Oh, nochmal Schloss. Und nochmal Munition. Nee, das gibt ja uns jetzt mal ab und zu Munition. Schloss. Also hast du erst mal nur die linke hier. Ja, da... Weiß ich gar nicht, soll ich den anderen Weg nochmal gucken, oder erst hier durch? Ich will erst hier durch, weil das auch auslöst, ist gleich, wie der gleiche eben Schlossriegel eben auch. Nicht Schroh drauf hauen. Rot, okay. Ja, Fingensraum. Da liegt schon wieder eine wertlose Spritze, wo nichts drin ist. Ja, Zusatzstoffe. Nee, Adrenalin. Was ist das? Hier scheint ein Großteil Ersatzteil der Gelerne zu sein. Das ist schön. Ja, wenn wir die auch benutzen könnten, wäre er noch schöner. Da ist noch irgendwas. Warte mal. Nee, hol Spitzgeschoss. Okay, du hast noch aus dem Typen im Blick. Der ist festgenagelt. Ja. Das sieht aus wie jetzt, wenn das so eine Munition für Arschlöcher ist quasi. Wo ist das Magazin geil fallen lassen? Nee. Entschuldigung, nicht. Ja, dann probierst du halt das andere Schloss zuerst. Ja. Da geht es auch nochmal, der Lieb. Na ja. Das hat ihr ja gesehen vorhin. Jetzt lockt. Da ist eine Wand, das ist gut. Da ist einer. Da kannst du auch eine Wand laufen mit dem Rücken oder kannst du mit der Pistole abschießen. Ach so, Gott will. Hier ist keiner, ne? Rücken an die Wand. Dann schauen wir mal. Oh. Ist er gerade hinweggeflogen? Ich glaube, der hat sich gleich hingelegt. Ich traue diesen ganzen Gängen hier nicht. Ich auch nicht. Ist der eine nach dem anderen, oder? Da ist noch einer. Ist das ein dicker? Nee. Nee, nee. Das ist ein dicker. Das ist ein dicker. Gut. Ja, ich glaube auch. Warte mal. Nee, das ist Wasser. Ja, und heißt das, dass man dann, dass da nichts draus kommen kann? Hoffentlich nicht. Da ist eine Tür. Doch, der läuft aus. Ja, doch, kannst du nicht. Ich weiß nicht, soll ich probieren, auf das Schloss zu schießen? Aber ich glaube, das geht nicht. Das machen kannst du, ne? Ja, hier ist das Wasser wahrscheinlich. Ja, hier ist das Wasser wahrscheinlich. Ja, ich habe nur gedacht, glücklicherweise ist hier vielleicht noch so ein Dingsbumsraum, ne? Ich glaube, ich will den schrägen hier halt nicht. Ist alles verschlossen. So, mal kurz editionstechnisch gucken. Ja, vom Magazin her halt. Oh, was ist nun los? Ich habe bis aufs Geländer gestiegen, ja. Selbstmord. Ja. Da liegt was. Ammo. Schon wieder Schrot. Ja, Schrot bedeutet ja meistens, äh... So. Yes. Ah, okay. Jetzt können wir wohl da unten lang. Ja, es ist halt nur schade, wir... Oh, wir haben auf jeden Fall irgendwas über... Was ist denn hier denn? Ja. Auch Schlimpfhausen oder was? Natürlich leben beide auch noch. Das... Das zuckt mal so. Sieht ein bisschen aus, wenn er Liegestütze machen will. Ja, wie gesagt, höchstwahrscheinlich haben wir hier irgendwas übersehen. Soll ich nochmal zurück irgendwas abklappern? Nein, ich glaube nicht, weil die Wände sehen nicht so aus, als wenn du da irgendwie was... Mich hat ja nur gewundert, dass wir hier so ein Überbrückungskabel gefunden haben. Ja, das kann ja von mehreren Stellen sein. Das würdest du offensichtlich sehen, wie immer. Also wenn du hier in der Wand eine eingelassene Tür hättest, die piept, dann hättest du keine Schräge, sondern wäre da eine Lücke bei der richtigen Tür. Ja, mhm. Oh, ne. Da ist auch der Helm gleich geflogen. Also dieses Gittertor auf der linken Seite will ich ignorieren. Was für ein Gittertor? Das. Warum? Kommt du das raus? Ne. Das habe ich jetzt einfach nur gesagt. Ach so. Oh, das würde ich so kurz sagen. Ich denke mal, ich glaube ich das jetzt zu tief auf die Bett ist. Ich glaube nicht, ich glaube ich, dass dastitel auf die Bett ist. Es wird wohl haben, ne. Es wird wohl haben, ne. Es wird wohl haben, ne. Oh. Eile! Es wird wohl haben, ne. Hallo, Scheißer-Gü. Tschüss, Scheißer-Gü. Sieht hier nicht mehr irgendwie noch was? Das sieht nicht so aus. Vielleicht findest du ja nochmal so einen Lagerraum oder Gemeinschaftsraum. Ja, finde ich gut. Das kannst du, glaube ich, auch ignorieren. Ich finde einen Weg, das Wasser abzulassen, also muss man da wohl lang, gell? Also ich tippe eher da. Also erstmal hier. Wie ist das? Das ist doch schon mal was. Ja. Du siehst du, Gemeinschaftsraum, Pastor? Ja. Welche nette Gemeinschaft. Ich wollte gerade sagen, ich hätte gerne oder lieber eine andere Gemeinschaft gehabt. Ich glaube, der hat den Kopf verloren, ne? Ja. Beim Fernseher war auch nichts mehr. Gleich. Ein gerippiges Gerippe. Aha, Spinde. Das ist gut. Da könnte man auch noch gucken gleich. Eine Rakete. Im Modell an die Shuttles. Ich hätte über ein Ding fliegen können. Wenn ich mich... ...wenn diese Scheiße nicht passiert werde. Okay. Da sind noch Drops. Psychotropfen. Ja, vielleicht ist da auch noch einer drin. Ach genau, die nächste Speicherung machen wir diese Scheiß-Protokolle jetzt fertig. Das ist versperrt. Echt jetzt? Ja. Hau mal drauf. So, soll ich jetzt zurückgehen oder erstmal hier gucken, ob es hier nicht weitergeht? Ja, ich will da weitergehen. Erstmal hier. Einzige, du kannst halt nur mal in die Gemeinschaft rumgucken oder auch mal im Fernseher oder sowas. Aber ansonsten will ich an der Stelle weitergehen, wo du eben jetzt gerade wachst. Meinst du nicht nochmal zurück? Ne, ich will erstmal hier weitergehen. Weil diese... Oh, das ist ein Suppeln. Hä? Ja. Irgendwie so ein... Invader Station. Ne, Invader Station. Okay. Eine Playstation mit einem... Ne, geh erstmal hier weiter. Ja, ich... Geh jetzt ja eh nicht weiter. Ich vertraue mir, geh da erstmal weiter. Sicher? Ich bin nicht... Nicht da. Ne, geh da weiter erstmal. Weil... So aus... Gerade zwei Resident Evil wird hier durchgespielt. Ist das meistens so, dass man in solchen... Was war das denn eben? Ne, das war diese Statue. Da findet man meistens irgendwo da, wo Gemeinschaftsräume sind, auch irgendein Kram. Schlüsselkarten, Schlüssel, was auch immer. Ach, ich hasse das. Da liegt schon wieder einer. Da geht's zum Glück nicht weiter. Da geht's irgendwie runter. Ein Fahrstuhl, so wie das aussieht. Genau, die könnte man sich merken. Und der sieht aus, als wenn er gerne nicht tot sein möchte. Ja, jetzt auch nicht. Aber... Vielleicht hat der eine Schuss schon gereicht. Vielleicht zur Sicherheit nochmal einen... Ne, der läuft aus, ne? Ne. Oder? Doch. Dann haben wir das Schusschen da reingehen, wenn wir was von rechts kommt. Ja. Dann haben wir den wenigstens schon mal ausgeschaltet. Mhm. Oh, Textrücken für mich, aber kannst du erstmal bei den Penner in der Hand gucken. Kanalisationsstil. Ah, dann können wir jetzt die ganzen Türen aufmachen, oder was? Ähm... Vielleicht? Ja, ich würde es bei diesen Gitter, bei dieser einen Gittertür, wo wir es vorstellen haben, wo er dann auch gesagt hat, ich finde den Dings. Mhm. Ja, ich kann ja sonst nochmal gucken, ob das bei diesen einzelnen Türen auch geht. Ja. Ach, diese verdammten Rohre sind über 50 Jahre alt. Aber niemandem scheint das einen feuchten Dreck zu kümmern. Es ist, als würden sie förmlich auf einen Unfall warten. Einen wie den, der sich hier letzte Woche ereignet hätte. Vielleicht ist es für sie bequemer, die Dinge nachträglich zu reparieren, um die Arbeiter unter Tage eingeschlossen zu halten. Okay. Denn sonst hätten sie ja das Trinkwasser der Stadt abstellen müssen, und das widerstrebt ihn ja zu tief. Das Wichtigste ist, dass wir das Problem in den Griff kriegen und das System wieder hochfahren können. Verbindungsstück 19 ist erneut gebrochen und ich bin nicht überrascht, denn wir verwenden nun schon seit Jahren Spucke und Kaugummi, um das Team zusammenzuhalten. Das Problem ist, dass wir den Wasserdruck nicht verringern können, ohne dass vorher eine Tonne Wasser in die unteren Ebenen schießt und mehrere Bereiche überflutet. Es benötigt Tage und 20-Stunden-Schichten für alle Teams, um das Wasser abzupumpen. Und trotzdem sollen wir unsere täglichen Aufgaben normal erfüllen können. Als wäre das noch nicht genug. Wird wohl leider auch das Wasserentwässerungssystem wegen Überanspruchung durchbrennen. Weshalb ich neue Schaltplatten für die drei Haupttanks bestellt habe, die offenbar sehr schnell überhitzen. Und wenn nur ein einziger dieser Tanks ausfällt, ist das ganze System hinüber. Ich beginne zu glauben, dass rein gar nichts in diesem verdammten Loch-Ordnungsgemächt funktioniert. Nun, ich sollte mich besser beeilen und das System wieder hochfahren, ehe alle aufgeben und der Konzern mir wieder für einen ihrer eigenen Fehler die Schuld zuweist. Ja, die zwei Wörter hätten sie auf das andere Blatt auch noch mit draufkesseln können. Textdokument. Textdokument. Ja, da könnte man abpicht sein, ab jetzt gespawnte Wichser. Ja. Der wird ja jetzt wohl nicht aufstehen, wenn der hier herankommt, oder? Ja, das glaub ich nicht. Das meinte ich jetzt nicht. Wenn du zurückläufst, auf einmal vor dir aus dem Gang irgendwie was kommt. Achso. Hier waren auch alle tot. So, kann ich da die Spinn mit öffnen? Hast du da noch Kohler drin, oder? Mhm. Da hat sich kein Kopf mehr. Tür ist offen. So, da wären wir ja diese Gittertür, soll ich da nochmal lang gehen? Kannst du. Kannst du. Kannst du. Kannst du. Definitiv. Ja. Aber ansonsten werde ich die Gittertür halt ausprobieren. Obwohl, ich komme ja jetzt eh nicht mehr zurück, wo diese verschlossenen Türen waren. Das war ja in dem anderen Raum. Ich weiß nicht, ich war hier vielleicht auch noch mal in dem Gang. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Also, du kannst du hier gibts.